Moment, ich gehe lieber auch schon mal rein. Im nordöstlichen Studio, Studio C. Okay, das ist das erste Mal jetzt. Das B. Das C. Das ist überhaupt gar nichts. Hier in dem westlichen Haus nördlich der Straße, das heruntergekommen ist. Hier in dem westlichen Haus. Achso, wir können schon sofort raus. Ach gut, gut. Das ist wirklich ruhig, das hier. Wo genau ist das? Das ist hinter dem westlichen Haus nördlich der Straße, das heruntergekommen ist. Dahinter. Aber hier ist er dann in diesem Fall vorne. Was bedeutet, wir müssen wahrscheinlich hier rumgehen. Schock. Strikes again. Sieht auch nicht richtig aus. Ah, ich sehe schon. Hm. Wir haben es doch gleich. Ja, mein Herr ist. Ja, mein Herr ist. Gut. 25. Äh, 14 meine ich. Össiges Gräu, drückte Schroße. Gelb. Was? Oh, scheiße. Ich habe nicht aufgefasst. Ich habe nicht aufgefasst. Ich habe nicht aufgefasst. Ich werde nicht aufgefasst. Ich habe nicht aufgefasst. Ich weiß nicht. Ne, hier war es nicht. Es war hier, genau. Man muss sich irgendwie hier Rob lassen. Gut. Eti-Van! Okay, 46, wir können direkt zur nächsten Insel. Ne, wir können nicht zur nächsten Insel, wir müssen zu... Wer ist das? Wir müssen zur Insel, wo der Golfclub ist. Wahrscheinlich ist das wieder Game-Musik. Ich kann es doch schon... Riecher. Stay with me. Stay with me. Oh, ich weiß. So. Snake and the nice lady, she came to suck out the poison. The story, she no work very well. The station for laughter and sorrow. So, Saradio-Sepa. Ist so geil, Brams in das Ding. Hörten wir wahrscheinlich sogar durch mit dem Ding, ne? 46, wo ist das denn? Unter der Brücke, die zum Liefkopf. Und sogar in irgendeinem Club, okay. Okay. Ich glaube, das war nicht so wirklich erlaubt. Wir haben noch ein Küchenmesser. Aber wir haben noch ein Küchenmesser. Ach, man. Ah, genau. Oh, die können wir auch. Oh. Okay, kommen wir raus hier. Der Weg ist gleich! Das ist ein bisschen strange, oder? Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Wo genau? Auf der... Okay, dann können wir natürlich bedeuten oben oder unten. Ist... Gut. 48 ist jetzt wieder auf der anderen Insel. Moment, 48 am Ende der S-Kurve in einer Okay. Das war jetzt die S-Kurve in einer S-Kurve oder vor einer S-Kurve Nein, da rin Ah, wahrscheinlich hier Ah, hier Gut. 49 ne? Natürlich Teil des Klops Gibt es ein Teich auf einer Mini-Zer Okay Wir müssen aber erstmal zu groß zusammen Und wir sind wieder ausgerutscht Kann ich mal sehen das Ding Ah, komm Was jetzt 50 50 ist auf der kleinen Rücke Die Rücke sieht nicht so sicher aus Gut 300 Achter Präzisionsgewehr Ah, yeah Snip-by-Bri-Fer haben wir jetzt bekommen Na gut fahren wir da weg von der Bahn Das war das eben angesprochen nicht nach hinten drehen Gar nichts Das ist Das ist was wir machen das war von mir mit Musik von mir Adam First Ultraviolence in Japan Die Rekordkompany wissen Ich werde nur die Untergrund Fronttracks Gut. Gut. Ach schreit. Hm. Die, die, die. Die, die, die. Die nächste Zeit habe ich schon die Hälfte gemacht. Gut, wir kommen zu dir erst. Okay. Verkackt. Oh, okay. Oh, okay. Ich denke wieder nicht an die Gamer Musik. Scheiße. Ach, kein Problem. Wird wahrscheinlich kein gut sein. Für den Fall, dass, äh, übrigens irgendwie nieder, wenn ich irgendwie zoome. Aber wenn kein Weg kommt, ist, weil ich das Weg dann wahrscheinlich später entfernt habe. Ach, hier. Wir sind auf der ersten Insel. Die, die 55 ist. Weit wie aus Wilma. Oh, das macht Zeit hier. Auf dem Anwesen eines Drogenbarons. Gut. Gut. Schauen wir das jetzt nicht an. 52. 50. Das ist am besten des Grundstücks von mir, beziehungsweise Tom. So, da neben dem Pool. Ne. Ich bin auf der Map. Da. Na, Alter. Komm hier. Das schaffst du auch. Kann ich das vielleicht nehmen? Ne. Na, ne. Ich weiß, wo es ist. Na, wir können nicht helfen. Komischerweise ist hier im Lippenraum kein einziges Ding. Aber, was ist hier im Lippenraum kein einziges Ding? Das ist das hier. Scheiße. Oh, ich bin richtig. So, müssen wir hier runter. Und da haben wir schon. Sehr schön. Hier ist aber immer ein gerne Päckchen. Ach, bin ich nie verloren, Mann. Glaub ich... Oh, fuck. Wir müssen da durch. Ach, fuck. Gehen wir weiter. 53. Bis 53. Ähm. An der Höhe gelegensten. Da haben wir einen Tag dabei. Der will er, die den Rockstar-Pool besitzt. Okay. Ne, wie gesagt, dein Auto. Interessante Dinge. Aber nicht so interessant, als was passiert, wenn ein Mann und eine Frau passionately in ist. Oder vielleicht, wenn Dinge falsch gehen, wenn du einen Mann wie Fernando brauchst, um Dinge auszutauschen, um Dinge whole und besser wieder zu machen. Wenn du ein Hausflusser-Päckchen aneinander ziehst. Hier ist sogar ein Flammenwerfer. Ja, wo habe ich denn? Wahrscheinlich war das jetzt... Nein, der war nicht dabei. Okay. So. 4,50 Euro im Pult. Und das Ding über. Okay. Ah. Ok, ich komme immer nur mit dem Auto, oder? Ach fuck, ich bin immer zu blöd. Gut. Kleine Puder.